Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Winkeltiers. So, wir machen mal auf. Ah, wie sind die Schulden bald los? Das Spiel ist auf jeden Fall richtig niedrig gemacht. Ah, er hat es abgeholt. Gut. Na, wie geht es euch hier? Alles okay? Ich habe keine Lavendel mehr. Keine Lavendel mehr. So, sortieren wir wieder mal nach Qualität. Wolle. Haben wir genug? Seide. Haben wir genug Wolle. Holz könnten wir nehmen. Ähm, Leinen. Leinen ist aber teurer. Aber ich habe nur noch einen. Eisen. Getreide haben wir 28. Wolle haben wir Äpfel. Ja, da haben wir schon einen, der Lavendel mag. Ich wusste es doch. Willst du nur Lavendel? Machen wir es mal so. 15. Ein Raune haben wir. Gut. Kommt gleich. Die Räume haben wir auch ganz schön die Regale aus. Ich habe keine Mitarbeiter auf Stufe 10. Blumenkohl. Ich habe nur eine. Blumenkohlsamen. Das müsste nicht das immer sein. Kamille, lassen wir mal. Schönheit, komm, lass mal. Ähm, ähm, fleisch. Lavender. Jetzt billiger. Wir schaffen es wieder, unser Lager vor uns zu kriegen. Alter. So, was haben wir denn da? Das ist doch wieder ein bisschen Leere. Hose 2. Hose 2. So, fehlt mir da was, schönes Krippen, Hammer, 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 davon bräuchten wir vier. So, wie schaut es hier aus? Ich habe hier den Hammer, 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 einmal, 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 so. Wie schaut es da aus? Mit meinem machen? Nochmal, einmal, zweimal, einmal, einmal, aber was nehmen wir noch, warte mal, nochmal 24. So, hätten wir wieder ein bisschen Platz gemacht. Danke, ihr drei. Okay. So. Da muss ich eh noch warten. Da kann man jetzt mal schauen. 32, Level 6. Aber ich habe zwei Siemer. Wieso ist die nur 45% glücklich? Hm. Hm. Hier alle. Passt. So. Hm. 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 Da ist nichts mehr zum Preis halten. Sehr gut. Sehr gut. Muss reichen. Komm. Wir stellen mal in die Küche. Würde ja sagen, dich. So. So. Ja. Noch müssen wir da nicht mehr hinstellen. Wir brauchen erst Platz dafür. Ja. Ähm. Ja. Wobei, warte mal, wir können trotzdem noch die Küche hierher packen. Die Küche. Innen. Überall können wir auch nehmen, ja. Alchemistenschrank. Warte mal. Den brauchen wir dann da drüben. Genau. Wenn ich noch einmal den. Vielleicht findet man noch einen anderen Teppich. Ja. So. Das war doch okay. Das Ding würde ich dann erst mal hier herstellen. Es passt eh. Es gehört ja eh dazu. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ja. Es passt eh. Hier mal. Dann muss es aber noch ein zweites Regal geben. Genau das hier. Zwar immer noch zu klein. Aber es geht okay. Das heißt, den da, könnten wir dann, einmal schön da dazustellen. Ja, sieht gut aus. Können wir aber eh noch nicht. Na dann, guten Morgen. Den Tisch hätte ich noch umstehen können. Egal. Ich habe echt keinen Blaubeeren. Oh ja, so. Ah, sehr gut. Er hat einen Level Up gehabt. Er hat die Schockensamen. Davon nehmen wir mal welche. Nehmen wir mal alle acht. Sieben. Sieben ist doof. Wenn, dann will ich immer vier haben. Danke. Das war's. Na gut. Da habe ich zum Beispiel sieben. Gut, dann haben wir die jetzt auch auf Reserve. Gut, das ist ja ein Baumwoller. Also Woller. Fickst du. Gut. Zwei von denen könnten wir bauen. Ein Loch kommt gerade. Du hast Woller. Zwei da. Leder. Hast nur fünf. Gut. Wollern. Eisen. Kohle. Ja. Na gut. Na gut. Dann gehen wir mal rüber. Hoch mal kurz ein bisschen. Ah, eins. Halt. Ah. Was nehmen wir noch? 23. Klingt gut. Könnte man dann umstellen auf der hat die Schockung. Da haben wir 28 sichtbar. ich fülle nur noch auf gut da könnte man fünf mal warum sind so viele in edel verkauft man so 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 haben wir Einer. Okay. Kochen haben wir vorher schon gemacht. Kann man noch vervollständigen jetzt. Warte, da fehlt noch was. Das hier und da nehmen wir jetzt die Artischocken. Kleidung. Wir fahren das jetzt einmal mit. Genau, aber dann kann man nicht hier durchgehen. Das hier braucht noch zwei Tage. Ja, mir fehlt noch einiges. 1500 Hammer. Das ist zu viel. Müssen wir noch einen Tag warten. Müssen wir noch warten damit. Okay. Yeah, so sehr schön. Und da? Das ist hier noch mal. Das war mir die Hände. Dann wirst du das hier. Und das sind dann noch etwas Verdri Valley. Ja, so... Äh, halt! Gut, dann haben wir die Samen gleich hinzuwagt. Das ist ja gut. So gut, dann würde ich sagen, sagen wir mal öffnen mal. Gut, wir haben alle Schulden bezahlt. Wir sind schuldenfrei. So. So drüben haben wir es so gemacht, dass wir alles zweimal ausstellen. Das werden wir hier auch machen. Das heißt, ich brauche da Platz für 20 Sachen. Es wird auf jeden Fall schon langsam geräumiger. Die nehmen wir mal. Die Kohle brauchen wir. Nehmen wir mal drei. Familie brauchen wir. Jetzt glaube ich keiner. Nehmen wir mal sicherheitshalber. Wolle. Waren gerade irgendwie noch 20 da. Ne, fertiges kaufen wir doch nicht. Käse. Blaubeeren haben wir genug. Ach, die Schocken haben wir. Äpfel haben wir auch. Geht. Könnten wir hier jetzt endlich mal aufstocken. Da gehen wir hier. Ach, weil ich kein Eisen mehr habe. Da kommen wir nicht nach. Gut. Da ist noch ein Vollspiel, ja. Okay. Torf, ja nehmen wir auf Seilbei, haben wir schon lange nicht mehr gekauft Gute Äpfel, wollten wir auch nehmen Fleischhund oder Sechser Mal Rauner Haben wir noch genug Leinern Nehmen wir mal, das haben wir alles aufgebraucht Und abholen haben wir Sehr gut, Leitschutz, was ist Leitschutz? Ah, lässig, warte mal Fünfmal nur Ja gut, wir haben hier ins Retter Er möchte eine Kiese haben Kriegt er doch So, mir fehlen jetzt ein paar Sachen Mal schauen, ob du was davon hast Seilbei Seilbei haben wir 13 Mal Rauner haben wir 12 Nein, du hast nichts davon Das heißt, wir müssen mal da einkaufen Wir brauchen Eisen Wir haben keines mehr Leinen haben wir Tropf Können wir noch 10 nehmen Leder Buller Seilbei Seilbei haben wir Stahl Stahl Den Label Oh, ja Man, man, man Man, man, man So, wie schaut's aus 13 13 13 13 11 Machen wir wenigstens ein paar Wirds Zeit, dass wir endlich auf Stufe 2 kommen Nein, noch nicht So, wie schaut's hier aus? Ich hab aufs Holz vergessen Wollte ich das auch auf 15 aufstocken Aber so richtig geht das nicht Gut Falls Haupts Mal so und auf ich nicht Gute Nacht, Mädels. Nachtgut. So. Ähm. Das kommt erst bei Stufe 35. Äh, 39. Das haben wir schon. Ist das neu, oder was? Aha, das sind neue Fakken dazu. Oh Mann. Okay. Ja, gut. Alle haben Level-Up. Das ist gut. So. Bevor mir jetzt das Geld ausgeht. Moment. Ich will zwar eigentlich nicht. ... sortier es mir nach lager ach die kostet 500 ok dann geht die jetzt nicht mehr auch 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 Gut, 450, so, da haben wir Werkzeug, da haben wir Werkzeug. Moment mal, erst mal gehen wir da her, ja. Also, das hier sind jetzt die Heilungen. Einmal, zweimal, zweimal, viermal, fünfmal und sechsmal. Warte mal, wir können das aber auch anders machen. Wir haben insgesamt zwei, vier, sechs, acht, zehn Dinge, das heißt zwanzig. Drei, vier, fünf, sechs. Jetzt bräuchten wir eigentlich mindestens, nein, nicht bauen, kochen. Ist das der Richtige? So, und jetzt könnten wir noch irgendwas Spezielles wie das und das dazustellen. Okay, dann haben wir mal hier, das sind ja jetzt, ja, da brauchen wir dann noch mehr, gut, aber jetzt momentan wird es reichen. Okay, die hier sind okay, das hier, jetzt sind wir bei Werkzeug. Da brauchen wir noch mehr Werkzeuge, da drüben haben wir Werkzeuge. So, die drei Hammer. Sag mal. Jetzt bräuchten wir noch ein Werkzeugregal. So, und das Werkzeugregal wird jetzt reinkommen. Das da, 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 so. Genau, da fehlt noch eins. Die Leidung haben wir eh schon umsortiert. Das heißt, wir haben mal die neuen Sachen drinnen und wir haben jetzt 98. Wir warten mal, da können wir aber doch noch was, was, warte. Warte. Ich denke, irgendwann verziert das Regal hin. Ich denke, man verziert das Regal hin. Nein. Das geht aber nicht. Ich höre den da. Können wir es irgendwo anders hinhängen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wir müssen mehr... Gut. Nein. So. Können wir schon? Nein. Einen Tag müssen wir noch warten. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich sage mal Tschüss. Schauen. Baba. Baba.